Das ist der Ort, der Sonne kommt. Auf der Nürnberg. Und das unten, der Platz, also der Sand, wo man den Sand sieht, das sind die Trempe. Und da unten, da unten, da unten, da unten, da unten. Naja, das stimmt nicht. Ob das alles so stimmt? Zum Beispiel aus der Schließung, weil in einem Raum so viel weibliches Kletter sind. Das ist ja idiotisch. Kann ja sein, dass jemand geblüht ist und die sind da alle hingegangen. Oder dass da halt die ganzen Frauen hingebracht wurden, die tot waren, weil die Trempe gerade umgebaut wurde. Oder weißt du, da hat man was. Dann kannst du ja auch nur Rufas durchgehen. Okay, go ahead, tumble. Oh, thanks. Good show. So that's what we need to stop. I'll start it. It's time. Just aim. I'll start it. Okay. See? Can you see it or are you too far? Yep. Trying to get you and... I took Tom over there before. See how high an incline it is. You want to go climb the stairs? Those stairs? Uh-huh. You ready to get me fallin' it? Yep. I'm going to catch the tumble. It's harder going up. I know. I'll give you the... I'll be doing the hard one. Give you the harder one. And he makes it to the second. And to the third. Yay! Victory! Victory! That's great. Now you need to do a couple triple handsprings or something to make it. I have a thigh here. This is not a step, huh? No, there's other ones over there, though. You can try. This is for insurance purposes. Okay. All right. He made it down. All right.